Nächster Gaststar kommt zu Rote Rosen. Rote Rosen schnappt sich den nächsten großen Gaststar. Bald wird eine wahre Musiklegende in der ARD-Serie zu sehen sein. Bei Rote Rosen haben immer wieder große Stars Gastauftritte. Jetzt holt sich die Serie einen weiteren großen Gaststar ins Boot. Bald wird eine wahre Musiklegende in der Serie zu sehen sein. Rote Rosen holt eine Musiklegende ins Boot. Drei Folgen lang wird der erfolgreiche Künstler bei Rote Rosen mitspielen. Das gab die ARD Anfang März bekannt. Der Musiker ist vor allem für seine Kinderlieder bekannt. Neueste Gaststar bei Rote Rosen sein wird, erfahrt ihr im Video. Zuletzt hätte der legendäre Comedian Karl Dahl 79 bei Rote Rosen mitspielen sollen. Während der Dreharbeiten erlitt er jedoch einen Schlaganfall und starb wenige Tage später an den Folgen. Seine Szenen wurden an seinem Geburtstag dieses Jahr im Gedenken an ihn veröffentlicht. Anfang Mai wird außerdem modern-tukindische Star Thomas Anders, 58, in einer kleinen Gastholle bei Rote Rosen zu sehen sein. basically mit der Serk Box am Caut am Romanen zusammen. Was er von 18, 30 € anbieten ist es noch viel nach inspiriert. Wir gehen gleich mit einem guten Ausfluss,肉 zu schützen.